hallo meine lieben freunde meines kanals ja bevor wir mit dem video anfangen ein kleiner tipp lydon production macht momentan einen live stream übrigens auch schon länger und hier befinden sich auch in diesem live stream einige spezialisten zum thema vulkanismus und natürlich wird hier aktuell immer die situation besprochen und deswegen findet ihr den link zu diesem live stream auch unten in der video beschreibung ja und jetzt beginnen wir eben mit dem thema was sich im laufe des tages in gründerwick so ereignet hat zunächst einmal weitere bilder aus gründerwick und unter anderem auch die evakuierungsmaßnahmen die vor kurzer zeit abgeschlossen wurden als ich dieses video vorbereitet habe es gibt nämlich in gründerwick eine situation die durchaus bedenklich ist es strömt dort schwefeldioxid gas aus und das ist ein zeichen das magma relativ nah unterhalb der oberfläche sich momentan befindet anscheinend direkt unterhalb der stadt das ist noch kein anzeichen für einen bevorstehenden ausbruch aber es zeigt wie angespannte situation ist und wie gefährlich das ganze auch sein kann deswegen wurde eine evakuierung veranlasst in gründerwick befindet sich jetzt niemand mehr nur noch ein paar leute sind dort ja das heißt also ein paar polizisten aber die meisten mitarbeiter des zivilschutzes und der polizei wurden abgezogen mittlerweile gibt es auch helikopter die die situation aus der luft überwachen was wir jetzt sehen das sind schäden ja die entstanden sind durch diese extremen bodenhebungen und senkungen teilweise um ein meter 20 hat sich dort das gebiet gebiet gehoben oder gesenkt in dem fall gab es eine 1,20 senkung und auch in der in der horizontalen also ost west und nord süd verschiebung haben wir teilweise extreme werte auch bis über einen meter das ist natürlich extrem brutal was da passiert und so wie es momentan ausschaut meine lieben wenn man sich diese bilder mal anschaut sieht man wie stark die gebäude dort mittlerweile in mitleidenschaft gezogen wurden und es wird ernsthaft überlegt die stadt aufzugeben ja das muss natürlich jetzt im einzelnen noch besprochen werden inwiefern die schäden die hier dann auch aufgetreten sind reparierbar sind aber das hängt auch sehr stark von der weiteren entwicklung ab solche vulkanischen aktivitäten die wir momentan auf dieser halbinsel sehen wenn die mal beginnen und das begann bereits im jahr 2020 durch einige nicht abgeschlossene magma vorstöße 2021 dann der erste ausbruch 2022 der zweite 23 der dritte und jetzt eben in diesem gebiet ein magma vorstoß und das könnte sich hier tatsächlich um eine lang andauernde vulkanische aktivität handeln die unter anderem auch diese stadt dann unbewohnbar macht aber das ist noch nicht hundertprozentig sicher aber es wird drüber nachgedacht die haben wir jetzt die meldung die durchaus aufwachen lässt sieht selber vor einer stunde wurde das ganze aktualisiert also während ich das video mache jetzt deutsche zeit 1724 und was wir hier sehen ist jeder muss grinderwig verlassen weil dort erhöhte so 2 werte angezeigt wurden und das ist immer etwas was natürlich problematisch ist denn so ein gas kann erst an die oberfläche gelangen wenn das magma relativ nah unterhalb der oberfläche ist relativ ist jetzt in dem fall auch wieder relativ denn wir haben aufgrund der bodenhebung und senkungen etliche risse die sehr weit in den untergrund reichen na und da unten befindet sich magma das ist klar und das was da frei wird an gasen kann man an der oberfläche messen und das führt dann eben zu diesen evagierungsmaßnahmen die dann auch wieder kurzzeitig relativiert wurden neuesten gastzeller des meteorologischen büros haben in kinderweg gas entdeckt und man will hier auf nummer sicher gehen logischerweise ja das heißt also weil man eben den ausbruch nicht ausschließen kann innerhalb einer bestimmten zeit und dann relativ kurze zeit später wurde dann auch bestätigt dass innerhalb kürzester zeit die gesamte stadt evakuiert wurde und jetzt keiner mehr da ist keiner das ist eben die frage ob da noch ein paar polizisten gucken ja was da passiert aber man sieht jetzt mittlerweile dass auch helikopter im einsatz sind um wahrscheinlich erstens festzustellen ob es dort tatsächlich zu einem aufstieg kommt und auch zu anderen austritten dampfaustritten in die richtung ja das könnte man dann auch interpretieren als einen kurz zuvor einen einen ausbruch der dann kurz bevor steht und all das in der gesamtheit ja hat dann eben dazu geführt dass man hier evakuiert ja was willst du sagen wir gucken uns jetzt noch die erdbeben an die sich im laufe der zeit zugetragen haben und ja die mögliche weitere entwicklung weil das ganze ziemlich hin und her geht das heißt also das ist immer die hoffnung einerseits ja vielleicht passiert ja doch nichts und dann kriegst du wieder solche meldungen zum beispiel mit dem so2 wo man jetzt auch einordnen muss wann wurden denn die messgeräte installiert seit wann wird dort gemessen wie hoch ist die konzentration wir haben dort unter anderem auch starke winde ich denke mal dass teilweise die so2 konzentration auch in diesen spalten gemessen wird das heißt also dass in diese risse die dort entstanden sind teilweise auch messgeräte abgelassen wurden um eben zu sehen ob aus diesen rissen dann dementsprechend mehr gas austritt und dass wenn das innerhalb kürzester zeit daneben immer mehr wird dann reagiert man aber jetzt zu den erdbeben und natürlich auch sowohl diese seite hier als auch die neuesten informationen aus glinderweg auf ruv packe ich euch auch und in die video beschreibung dann könnt ihr euch selber ein bisschen informieren wir hatten heute im laufe des tages tatsächlich mal ein abflachen der erdbeben bis auf 9 erdbeben pro stunde und es hat fast danach ausgesehen als ob die erdbebentätigkeit komplett eingestellt wird das ist zum einen natürlich irgendwas wo man sagt naja ist ja toll wenn es keine erdbeben mehr gibt aber bei solchen vulkanischen phasen ist das komplette einstellen der erdbebentätigkeit leider auch manchen fällen in vielen fällen sogar der hinweis darauf dass es zu einer eruption kommt innerhalb kürzester zeit seit die meldung gekommen ist dass dort schwefedioxid austritt gab es eine wieder eine erhöhung der erdbeben aktivität zwar nur leicht seht ihr selber also sind bei weitem nicht mehr so viele beben wie in den vergangenen tagen aber es ist immer noch eine bebentätigkeit vorhanden die immer noch höher liegt als vor der krise das heißt also da ist immer noch was in bewegung da im untergrund und auch heute wieder nachrichten dass sich an der gesamtsituation also bezüglich auch der gefährdungslage nichts geändert hat ja es ist ja man kann in der momentanen situation kaum von einer entspannung im sinne von da passiert nichts mehr reden es gibt aber eine eine entspannung habe ich auch gestern schon gesagt bezüglich der menge an magma die dort unten nach oben kommt das heißt also da hat sich etwas geändert nur mal zum zum vergleich wir hatten während dieses peaks hier teilweise eine magma ein magma einbruch nach oben von 1000 kubikmeter pro sekunde das ganze ist dann abgefallen auf also gestern auf bis zu 23 kubikmeter pro sekunde und jetzt sind wir wieder bei über 70 kubikmeter pro sekunde das heißt also das ist ein ein ständiges auf und ab und etwas natürlich was sehr schwierig einzuordnen ist es kann im übrigen auch sein dass noch mal so ein peak hier entsteht das heißt also dass das das ist durchaus im bereich des möglichen dass von unten noch mal richtig ein schwall nachdrückt dann würde es aber innerhalb also innerhalb kürzester zeit richtig rumsen das heißt es sollte noch mal so ein peak entstehen wäre das wahrscheinlich dann definitiv der ausbruch momentan wie gesagt baut sich da unten auch druck auf das sieht man auch beim so 2 also beim schwefeldioxid was da hier momentan emittiert wird in grinderweg selber das heißt also wir haben hier in der stadt aufgrund eben auch der evakuierungsmaßnahmen entschuldigung der möglichkeit der einwohner dort hinzufahren und dann auch werkgegenstände und so weiter mitzunehmen natürlich die thematik dass dort messgeräte verteilt wurden da man wusste okay eine möglichkeit ist es dass dort auch ein ausbruch stattfindet in der stadt direkt und so so zwei also schwefeldioxid wenn da die menge steigt die man dort messen kann dann weiß man okay jetzt wird es gefährlich und deswegen ist es auch so dass diese evakuierungsmaßnahmen durchgeführt wurden weil man eben in dem zusammenhang auf nummer sicher gehen will wir haben nämlich nur eine einzige straße an das ist die die richtung osten für die 427 die für als zulieferstraße oder als zugangsstraße für die jeweiligen aktionen verwendet wurde das heißt also hier wurden konvois gebildet und wurden dann in die stadt gebracht um dann immer blockweise dann das abzuarbeiten die straße richtung norden ist zwar glaube ich wieder befahrbar weil sie repariert wurde so notdürftig aber du hast nur zwei ausfallstraßen vielleicht noch die 426 hier wobei ich jetzt nicht weiß wie die momentan so drauf ist aber ich glaube die wurde auch notdürftig repariert hast du zwei zwei möglichkeiten du kannst richtung norden raus oder du kannst richtung osten raus wenn hier genau zum beispiel bei dieser kreuzung ja ein ausbruch stattfindet also wenn da plötzlich lava an die oberfläche kommt dann hast du keine fluchtmöglichkeit mehr ja das heißt du kommst nicht mehr raus also du kannst noch quer feld ein irgendwie raus fahren theoretisch kannst du auch richtung westen hier fahren aber das ist alles viel zu gefährlich und deswegen wurden wurde eben evakuiert um im fall der fälle dass sie tatsächlich ein ausbruch stattfinden sollte dass hier keiner gefangen ist in der stadt und dass die die fluchtwege dann plötzlich blockiert sind das ist alles eine sehr schwierige situation immer noch was ihr hier oben seht wie gesagt den tremor da gibt es leider auch keine entwarnung das heißt also da unten haben wir immer noch bewegung wir haben gewisse geschwindigkeitsveränderungen innerhalb der magma bewegung und wir haben masse veränderungen in der bewegung der magma das heißt also da ist immer noch sehr viel bewegung drin und weil eben so viel bewegung noch drin ist heißt es dass man das immer noch messen kann dass das magma da unten sich herum bewegt das ist eben genau das hier was ihr hier sehen und das führt da dazu dass man keine entwarnung geben kann sondern in dem fall muss man tatsächlich sagen okay das ist eben das spiel der hölle ja nämlich der warte hölle du wartest auf etwas was du nicht willst und du kannst jetzt momentan eben noch nicht genau sagen wann das endet und wenn man sich mal das habt ihr gerade gesehen die schäden anschaut in grinderweg auch an den gebäuden dann ist klar dass die situation je länger sie dauert je länger diese hebungen und senkungen dann auch stattfinden desto schwieriger wird das ganze man kann sich auf der karte im übrigen auch zum beispiel die gps stationen anzeigen lassen immer mal schauen ob das geht ab und zu funktioniert das mit dem overlay nicht aber ja hier haben wir zum beispiel eine gps station und da seht ihr jetzt momentan die entwicklung bezüglich der hebung und der senkung das heißt also wir haben ja eine eine absenkung von über einem meter in dem gebiet grinderweg also hier was dieser gps sensor hier erfasst und wir haben eine nördliche und östliche ablenkung das gilt im übrigen auch für diesen sensor hier wir haben hier drüben ist auch noch ein sensor ganz kurz mal gucken wo der ist weil ab und zu sehe ich die nette weil ich wahrscheinlich blind bin keine ahnung das heißt also wir haben hier da habe ich gestern das habe ich im übrigen gar nicht richtig gesehen was ich war was hier eigentlich ist wir haben mich hier bei dem sensor hier drüben einen anstieg der dann plötzlich auch nach oben gegangen ist das heißt dass wir haben wir 50 auf 150 millimetre das heißt wir haben zehn zentimeter hebung hier in diesem gebiet immer noch im übrigen das heißt dass wir haben ja immer noch eine hebung und wir haben eine ost verschiebung und wir haben eine südverschiebung das heißt also auch hier extreme verschiebungen die hier stattfinden und das passiert immer noch und deswegen ist es so dass in diesem gesamten gebiet hier momentan eben risse entstehen wer sich die live streams im übrigen ein bisschen genauer anschaut von zum beispiel live from island oder eisland der wird sehen dass dort unter anderem auch schon ganze risse bei in der nähe der kameras also richtig dicke risse entstanden sind das ganze gebiet befindet sich momentan in bewegung das ist hochgefährlich na auch felsstürze erdrutsche es kann sogar sein dass manche felsen und berge oder hügel abrutschen nein das heißt also hier ist so viel bewegung drin dass das alles hier eine sehr gefährliche situation ist und wir werden sehen wie sich das jetzt weiter entwickelt wie gesagt eine äußerst schwierige situation naja wie gesagt sollte es dazu neuigkeiten geben bei mir oder eben im livestream bei lüdom weil da wird in echtzeit mehr oder weniger dann auch die ein oder andere info fallen gelassen bezüglich der aktuellen entwicklung so tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.